Willst du ein Storage-Dies wählen? Ja, das ist so. Das ist so. Nee, das ist so. Nee, das ist so falsch. Was hast du gesagt? Ich mach dich mal ab. Ja, Freundchen. Das ist ein No Profile. Ähm, mach No Profile. Ja, ich hab gar keine Anlotschiehe, ich hab keine. Ich hab gar keine Anlotschiehe, ich hab keine. Ich hab keine. Tschüss da. Ich hab keine. Ich hab keine. Ach so, nee, erst mal musst du. Ich hab das nur als Zweiter. Da hab ich am Anfang wieder herinkommen. Du weißt doch. Was hier? Gematscht. Ich hab hier einfach mal... Oh, nein. Und auf die Socken und... Gib mir mal... Gib mir mal deine Hose. Es kann noch nicht wach sein. Weißt du, wie sie jetzt klebt? Hm. Ich bin auch nicht ausgegangen. Scheiße. Das ist der wahre Held. Das sind andere Klicker-Ferlen. Ja. Schleich der Wo? Du nicht, oder? Schleich der Wo? Mann, das hat mich an. Sponsert mich nicht. Ich bin überall nass. Ich wollte es ja verstehen, die Socken an. Mach weg! Mach weg! Den Tick! Weil die Augen verdreht so. Das ist aber top. So, du warst die... Tittis. Tittis! Sagt man nicht. Du musst doch ein bisschen zu mir rutschen. Wohl ja alles wohl am gereicht. Ich habe kleben jetzt. Der Ringometer. Oh nein, du hast doch bestimmt eingestellt dieses Demina oder so. Die Ausdauer, wo man dann immer das wegdrücken muss. Und das wieder so auflädt. Das ist eingestellt. Oh, das war langweilig. Ah, aber nicht rum. Komm, wir lassen uns mal in Ruhe. Komm, wir lassen uns in Ruhe. So, okay. Wir warten jetzt bis ein Hitler-Mongolein-Drengung. Das muss ich probieren. Das genau das war Sprinten. Das war das okay. Probier auch kurz abzuwehren. Ich schlag mal ganz leichter. Warte mal drüber mal. Reversal. Genau. Endes war Schlagabnehmen und das war, ähm, Griffabnehmen. Das war hier. So, sie mich. Das wäre Mysterio. Ja, und die geht aufs Maul. Oh! Nein! Ich höre mich nicht! Ich möchte dich schon gar nicht durchnehmen. Oh, ja. Stretch a little bit. E-N-E-D-S-A-R-E-N-E-N-E-N-N-E-N-N-A-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Ticket to the Edge Ticket to the Edge ich weiß mehr wie man ihn aufnehmen und wir mussten mit mit Kreativitäten der Erkosten mit ihm ist bei den Kürzern umgekommen die Schuhe ein Teil der Woche hieß ich Big Show Oh die ging getroffen Frau die Hände aus Grün mal kurz ein bisschen aus der Stimme aufbringen Oh der wollte mich angreifen Big Show der kommt der eigentlich Cash Money ich habe die Erwanderung die Wendt der Stimme LB und dann mit LB kannst du den einsetzen ich kann dir noch mal so raus hey pass auf, pass auf, ich werde mich geknechtet Aua Koppeln Ach so, so sieht man eben okay ich weiß es nicht mehr Ziel ist einfach hier mit RB und A in die Richtung Scheiße Entschuldigung ich mache mich damit verdammt das war eigentlich nicht geplant ich wollte es nicht ich hatte mich aus Versehen an wie sie ich weiß nicht ich weiß nicht wie man mehr zugreift das ist doch scheiße du bist hast mich noch anvisiert bist du ein Wichser wirklich ich kann man ändern anders an wie sie leckt oder irgendwas ich gehe es nicht wie funktioniert und du machst dir eine Scheiße wir sollen wie funktioniert er hätte mich wenigstens weil ich wollte mich angreifen ja ja toll ich bin dir einen in die Fresse bekommen ich muss auch kommen treten immer schön hoch so mein mann gesehen noch an den teuer scheiße auch verdammt das hier drin scheiße so finde ich oder hast du ja mit dem klinieren was machst du immer mit mir wirklich du kriegst du nicht geschnallt mit dem automatisch aber soll ich machen die Bichow ich bin für dich hohe ja sie voll von der schon von dem Leben ich will vor ihr alter Euro mit der Gäste ist mit mir umarmt umarmt bis zum halte meine akte ins gesicht so jetzt sagen wir mal mit hallo tschuldigung dafür doch in der schweiz greift rix macht so hier nehmen soll sich zeigen mit rb und a ganzen halte rausziehen so und wohin schicken in der ecke mit rb rb und a und dann in richtung mit siehst du in die richtung und kannst daraus kicken genau und ich fand es mich ja und richtig greifen was mit dem da unten ja ist ja gut jetzt ich will selber nicht jetzt die reinkoppen warum er muss aber weiter machen überleicht wer kann verräter er merkt schon und die malen die wirken wie du wirklich beziehst Also jetzt schickst du mich auch noch aus, das ist richtig schlecht. Nein! Ich habe alles zurück, ey. Oh no! Steht auf! Bobby! Oh ja! Bobby Lashley! Jetzt aufladen. Boah, alles muss ich tun mit den Knien so, owa, mit den Knien ins Gesicht, Kalidus Sonne. Der Körper ist echt nur ganz okay dafür, dass du das jetzt erklärst, aber das ist auch scheiße. Jawoll! Hau den richtig auf die Schnauze, den Bengel. So, what the fuck? Na. Kriegst du jetzt blöd, wa? Jawoll! Hä? So, wer bin ich jetzt? Du kannst dann auswählen. Ähm. Du hast schon einen ausgewählt. Du bist jetzt. Du bist jetzt. Du bist jetzt. Aufladen. 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 Find ich ja. Scheiße. Ich hab mich. Man muss dieser mit dem Atemlaut machen, dass ich die langweilig hätte. Ich muss mich irgendwo hinstellen. Also einer so da geht. Wenn wir das halt so haben, ist richtig. die schlechteste ist. Oh yeah, baby. Oh, Bogerty. Ist auch so ein richtiger Trenn. Und tschüss. Wie ich denke, Buka? Auch genau. Nein, das mich in Ruhr. Nein, das mich in Ruhr. Oh, genau. Oh, genau. Oh, genau. Was macht der denn? Der will irgendwie mal den Schläfer zerquetschen, oder was? Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Ich kann keine Ahnung. Du bist. Kanido bist du. Du willst ganzer, dann guckst das dir. Oh nein. Ich gehe doch immer auf die Eier hoch. Und raus mit dir. Upi, upi, upi. Bounce, bounce. Got a bad ass bitch. Bounce nochmal dick. Bounce nochmal dick. Bounce nochmal dick. Ich hör gleich mal auf hier. Lass doch mal sein. Oh, mein Pedis. Oh, nein, da kommt es noch mit. Das er gerade, oh. Oh, beim Pizza ist da, aber ja. Ah, das ist schon. Das Dumme ist, wenn Great Kelly kommt, dann aber verkackt. Du kannst es nicht rauswerfen, du kannst ihn einfach nicht ziehen. das ist ein erster körper rotes kannst du nicht ziehen so war ich wieder aufgeladen und wann dann kommt ja er war aber auch nie wo er du wird 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 ist tot nein ja wollen wir den neuen richtigen schwarzen richtiger lappen ist der aufruhr ab und weiter stelle ich einfach mal hin oder ich leckte immer ein bisschen bit slaps ins gesicht Oh nein, ich bin richtig K.O. Oh Gott! Oh, jetzt kommt der Batista! Nein! Batista! Ihr Körper überkrankt bin ich. Oh nein, hinter die, hinter die, hinter die, oh Gott! Wuhuu! Ich bin der Hackfleisch, Hacke und Zerhackern! Oh nein, das ist jetzt zu mir. Leicht aus Stress über. Ich bin im Uramt irgendwann, damit der dumme Hure wieder aufsteht. Und tschüss. So. Batista ist raus. Batista kam gerade erst rein, was da passiert. Wir wissen jetzt. Hat dich nicht zu interessieren. Randy Orton. Na! 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 So, wie kann ich dich raushauen? Sag ich dir nicht. Jan. Jan geht nicht auch in jedem Schuh, oder? Ich möchte da eben. Boom! Gut! Mein Gott, jetzt steh doch mal auf, Bobby! Ach, musst du immer mit mir kuscheln. Da kannst du drücken, wie du willst, auf dir nichts. Ja, kannst du drücken, wie du willst. Mal die selben Luft, der ist voranweig. Ja, mit überhaupt. Dann die Orsen hat nur ein Gelbau. Ach, scheiße! Das ist gut! Steh auf, Toi! Mann! Ich steh doch mal auf! die Gäste um in Höhe was da waren ja immer rufen ich war haben es geht da ich muss mich erinnern genau, der war trotzdem fertig, egal Boots, Boots Boots Boah, Alter, da haut er aber richtig zu Oh nein, da kommt er! Du wirst, du kannst ihn nicht raus, du kannst ihn nicht mal ziehen So, das ist der Unmensch, wirklich Na! Nein! Da geht er dir nicht! Nein! Oh! 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 Aufwand, aufwand! Versuch! Und... Grill in die Masse! Oh! Oh yeah! Gar nie gefistet! Das hilft gar nichts! Kannst ihn einfach nicht killen, wirklich! Du bist! Du bist! Da kommt er raus, er kommt er rein! Uuuuua! Er kommt da rein! Ah! Nein! Ich wollte mich ergreifen! Oh! Scheiße! Oh! Er ist das! Er ist das! Er ist das! Oh! Er ist das! Er ist das! Oh! Er ist das! Oh! Er ist das! Ich habe mich aber nicht raus! Lass mich! Ich habe dich nicht raus! Ich mache RBA! Oh! Scheiße! Ich habe kein Stiminer mehr! Oh! 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 Ich habe mich nicht verdreht! Jetzt habe ich mich nicht raushauen! Ich will nichts beenden! Wieso? Geh doch einfach mal auf Karnierung! Du haust mir auch mal auf meine Fresse! Also hau ich dich auch raus! Wenn du mich rausst! Du bist teuer, Alter! Verpiss dich! Du! Und du auch! Hey, guck mal! Ich lag einmal in Luft und mich fühl ich auch so atmen, ey! Nein! Ey! Alter! Alter! Hier von Kali! Der drückt sie nicht! Der steht einfach ruf und dann sind sie draußen! Das ist nicht normal, Junge! Ich habe euch schon mal Kali gleich am Anfang genommen und da wirklich bis zum Ende durchgestanden! Einfach gewonnen mit Kali! Alle anderen 29 Typen rausgehauen! Warte doch nicht immer so schwul, Alter! Ja, warte! Das ist so schlimm! Aua! Das ist so schlimm! Das ist so schlimm! Das ist so schlimm! Aua! 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 F**k! Nein! Nein! Na! Wie kommst du sofort wieder rein? Ach nein! Bobby! Bobby Brown! Was? F**k! F**k! Da, da, da! Nein! Frau Nein! Ja, ja, ich, 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 ichx! So! Du bist schon völlig abgefuckt. Bist du schon? Ja, ich bin auch schon seit Anfang an drinnen, ja? Weil du übelst ja verredet bist! Ach, also! Du bist schon völlig abgefuckt, bist du schon? schade aber ich bin so hart für dich oh ey einfach einfach so umdrehen zu 63 Grad das war dumm von mir das war dumm von mir der wird auch nicht tot oder ja eigentlich gehts aber ah ah ich hab dich ah 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 aber der haut ja nicht raus guck mal ich stehe doch was darf ich mal auszauern oh ich bin oh kann ich mir draus gehauen kann ich mir draus gehauen helft ich muss doch mit helfen ich kann nichts machen kein krank oh gott oh gott ich stehe gerade selber jetzt in den abgrund wieso boah sag mal kann ich hol dir einfach raus so jetzt sagen wir mal wie machen wir dann anders raus und sagen wir mal wenig wie ich das mache verdammt er will da und dann in eine Richtung ziehen so jetzt so jetzt mich kann die aber ausgedrückt er hat meinen Arsch geschlagen da bin ich denn jetzt du kannst doch mal dabei sein auswählen aber ne du bist das Kali du bist Kali ja du kannst doch mal so auswählen und drücken oder so also weg so mein kinder guck mal her guck mal her guck mal her guck mal her da 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 hm mhm 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 alter die umkippt das ist wunderbar jetzt kommt ein Regal rein Regal 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 Disco Bb oh na toll hinterher jetzt sag mir aber wie ich ein Ausbeuteilchen die besten kommen er will er auch zusammen und dann rausziehen er will das er muss aber auch auf den ganzen aufstehen einfach mit weil er sich zu drücken festnehmen ne ja so gut und bäm und da muss halt mit Erwin A greifen so ungefähr das ist nicht normal auch wenn der Körper völlig tot ist du kannst ihn nicht rausziehen von daher ist kann ich eigentlich so ja was machen die Gegner guck der Mann dann soll das hm oh du bist so weh oh das ist so weh guck mal der haut nicht raus der schiebt den so er wie und a ja ja genau ne der macht was soll ja ja mach mal ja mach mal ja mach mal immer einen anderen boom 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 boah boah 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 7 7 11 da muss er in eine Richtung drücken als wenn es sich noch links er wir haben links was macht er das wie los man kann sich nur auf die schnauze gehen oh mein gott Entschuldigung Entschuldigung nein nein er wurde nämlich jetzt einfach mal hier Lukaku oder wie er heisst der komische Schmerz genau was macht er denn Alter, der schlägt so hier wie soll der Schmetter liegen oh nein wie macht er denn sein Finisher würde ich gehen mal wissen mit LB naja aber wie muss er in der Situation du musst du hinstellen und da musst du LB drücken hinstellen tust du den äh wenn er liegt denn mit weißem das ist der Verdrückte ach drücken einfach unterdrücken der Städter nimmt und das aber gut in dem erziehen ist einfach hinstellen mit der Karotten dann einfach ziehen bin ich ja ja mit der Hand auf den Rufschlag und zack habe ich einen Aufbau und Triple H oh schade ich hätte lieber zu welchen und mager hier ich kann ihn nicht raushauen jetzt zurück wie der RBA und ja das ist doch nicht so richtig so ein Fächerchen gemacht aber nein meine Kontrolle O-Kenners hochhannes mich raushauen natürlich ich kann aber kein natürlich ich die nicht aber scheiße doch bei und gemacht ich weiß nicht nur noch gut wie bei meinen lassen das scheiße in den jahle könnte ich mit fischer machen ging es noch man kann es kann die aber nicht auswerfen das action gewonnen weil keiner kann nun ziehen für ihn ist auch mehr draußen wer wird wenn ich nicht die Linie He 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 Ah, entschuldigung. Entschuldigung! Fuck, Alter, ist beendet. Wie definiert Männer ist. Oh mein Gott. So unreal. So unreal. Komm mal, der Körper von Crazy an. Der ist richtig crazy. hier rot von einem glühn alles geht ich sehe nichts mehr o euer blüder kann ich rausgehen da kann sich der Scherwanderung Neweil Rumpel ja nicht so viel auf ja wohl ein bisschen verletzt umschlagen Pfeife da mit dem Knie voran mann ich will noch an den auf den letzten vier oder auch keiner mehr das ist ich immer den hier raus in die Klemmung muss was scheiße in die Ecke ich zieh noch aus dem Klemmung nein er wird sich echt noch voll hin jetzt geht er raus er wollte er wollte ich aber sicher machen das auch mal bin ich ja ne ja auf ich bin ich ja machen oder nicht auch das die 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 nein nein hatte ich auch wenn ich auch so der helfe beim ausbauen ich weiß nicht wie man die rausholen rb drückt lassen a und dann in die richtung ziehen Ich hab den Knie geholfen. Guck bei mir. Oh, mieser Kombo. Wir ziehen mal raus, ne? Ja. Warte mal. Okay, guck. Ih, ich hab deine Eier. Pass mal auf. Oh nein, das ist wieder K.O. Aber deiner steht, deiner steht, deiner steht. Leg dich mal kurz hin. Oh nein! Umaga! Nein, okay, das war's. Boah, schuldigung. Das ist doch nicht normal. Oh, 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 oh. Ah, nein! Oh, 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 oh. ob ihr atmet man ja der ganze körperatmet zu werden beide bewegen so richtig krass doch gar nichts mehr aber aber auch manchen die magentur und schrecklich mit dem dritten er ist der kopf geschlagen er kommt nicht raus die machen ich will mich jetzt nicht zufrieden mit ihm das Geld ist dass die Fans hier in diesem Spiel besser aus wie bei FIFA und das Spielshaus 7 so zu wechseln und so als erstes Rest für dich also ich kann nichts mehr machen guck der haut ihn einfach nicht aus ja du hast es schon gemacht die muss raus wenn du nicht nah dran stehst wenn der ziel steht wirst du jetzt nach unten raus ein Fazit ich kann nicht mal aufstehen hier tap any button repeat jetzt heraus also was erwarten kann brauchst du gar nicht es ist alles egal du brauchst dich nicht mehr als der Verräter warst du richtige richtige hinterfotzige Pussy warst du aber ich habe leider noch nicht wundern mit lächelig aber du kannst du kannst Kali nicht rauswerfen es geht nicht in diesem Spiel dann bin ich auch als man tag die Waren richtig beurteilung und zumindest die Verspielen wird es wieder verlieren aber äh wie sehr wo war es noch etwas zu fratzenreinigung ich habe überhaupt kein Hunger nee ich habe Bock genug ich versuche mal wie er blut ist äh toll hhhhhhhhhh hhhhhhhhhh hhhhhh hh 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 hh